Hi Pyro-Freunde und METAL! Heute im Test die Saturn-Raketen von Funke. Eine sehr interessante Neuheit und zwar handelt es sich um Kugelkopf-Raketen mit Ring-Effekt. Ja, ich habe die schon in diversen Videos gesehen. Die gefallen mir sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie sie live kommen. Ja, Leute, lasst sie euch schmecken. Ich habe euch die Daten mal wieder hier auf der Seite eingeblendet. Da stehen alle relevanten Infos zu diesem Set. Und ja, jetzt geht's los. Viel Vergnügen und Peace! Deine Kugelkopf von, was ist das, Funke? Ja, Funke-Saturn-Raketen. Zieh dich einfach in Reihe durch. Das ist doch schön. Oh, ich sehe da, ich sehe. Geil. Oh, die ist richtig schön. Die ist richtig schön. Das sind schöne Teile. Ja, schöne Teile. Ja, das gefällt dem Fricken. Sehr gut. Guckt euch das an. Wie schön. Funke-Saturn-Raketen. Funke-Saturn-Raketen. Auch sehr schön. Cool. Das filigrane Gold in der Mitte sieht man jetzt auf der Aufnahme gar nicht so gut. Blöck! Blöck! Wunderschöner Effekt. Blöck! 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 Das war's! Cool! Das war's! 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 Das war's!